Guten Abend miteinander. Die Koop hat für Sie den besten Grund, täglich dort einzukaufen, nämlich das gute, frische Koop-Brot. Und zwar von Bäckermeister, der Ihr Handwerk natürlich versteht, so wie der Herr Haberstroh. Guten Abend. Guten Abend, Herr Haberstroh. Wie ist es in der ganzen Schweiz? Wie viele Bäckereien hat die Koop? Die Koop hat 40 Bäckereien in der ganzen Schweiz verteilt, damit das Brot täglich auch verfrisch in alle Koop-Läder kommt. Die Koop hat aber auch eine sogenannte Versuchsbäckerei. Was ist die Aufgabe von dieser? Vor allen Dingen ein Ausfinden von neuen Brotsorten. Denn die Koop wird den Kunden ständig ein abwechslungsreiches Brotangebot anbieten. Und wir sind mit der Kamera in so eine Versuchsbäckerei reingegangen und haben ein bisschen geüchselt. Hier zeigt sich das handwerkliche Geschick beim Formen des Spezialbrots. Das ist beliebte Bauernbrot. Hier werden die Bauernbrote zum Bachen vorbereitet. Eingeschnitten, das gibt die schöne Zeichnung. Und jetzt ab in den Ofen. Das ist das Einschissen, wenn wir so sagen. Ach so. Und so finden Sie es jeden Tag ofenfrisch in Ihrem Koop-Laden. Bei Koop gibt es ja in der ganzen Schweiz über 140 Brotsorten, die je nach Region auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Vom Bauernbrot über das Roggenbrot bis zum Flockenbrot und dem Alpenbrot. Und Sie, Herr Haberstroh, haben uns jetzt ja die ganzen neue Brotsorten mitgebracht. Das ist? Das ist das Kleienbrot. Das ist die neueste Spezialität der Bäckermeister. Und das Kleienbrot hat, glaube ich, gerade für die heutige Ernährung eine besondere Wichtigkeit. Warum? Die Kleien wird aus den äusseren Schichten vom Weizenkorn gewonnen und hat eine wohldühende Wirkung auf die Verdauung. Danke, Herr Haberstroh. Sie sehen, Koop bringt immer wieder neue, wertvolle Brotsorten. Und? Koopbrot ist Brot vom Bäck. Ja, das stimmt. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Koop die Hit-Angebote. 400 Gramm Fischstäbe Goldstahl ohne Gräte für nur 2,75. 2 Kilo Vialonereiss statt 3,20 nur 2,60. 2 Bar Wienerli Vakuum verpackt für nur 1,95. 10 ausländische Eier gibt es beim Koop für nur 1,50. Und 1 Kilo Schweizer Suppehiener SEG, pfannenfertig tiefgekühlt, für nur 2,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es beim Koop 2 Liter Koop Sonnenblumenöl statt 6,80 nur 5,70. Und 2 Liter Orangensaft Happy Day statt 2,40 nur 1,50. Und der aktuelle Preisschlager sind die 3 Rollen Haushaltpapier für nur 2 Franken. Profitieren Sie morgen in Ihrem Koop-Laden. Auf Wiedersehen.